Wir müssen uns schütteln jetzt, diese herbe Niederlage hinnehmen und jetzt gilt alles für uns in Werder Bremen die Reaktion zu zeigen, die wir selber von uns... Oh mein Gott, Digga! Was für eine Reaktion, Junge! Du hast 17 Spiele am Stück nicht gewonnen! Weißt du, was eine vernünftige Reaktion ist, dass du deinen scheiß Kopf abpackst, du Vollidiot, Alter! Was für eine Reaktion! Die Reaktion von der Reaktion von der Reaktion aus der Vorbereitung, die Reaktion! Und davon die Reaktion und jetzt machen wir eine Reaktion auf die Hinrunde, der Rückrunde, dann der Vorbereitung, dann dem 8 zu 0 in München, müssen wir jetzt gegen Bremen wieder eine Reaktion zeigen! Bruder, bist du geistig eigentlich auf der Höhe, Alter? Was für eine Reaktion, Junge! Lösch dich mal! Was für eine Reaktion! Weißt du, was eine Reaktion ist, dass ich nach dem Spiel gekotzt habe? Das ist eine Reaktion, Alter! Weil ihr so eine Scheiße gespielt habt und ich mich mit 8 Schots besaufen musste, weil ihr so scheiße seid! Das ist eine Reaktion, Alter! Das ist eine Reaktion!